hey und willkommen zu einem neuen video das ist ein neues projekt was wir hier machen kein minecraft ein neues spiel ich habe es angefangen ich hasse es zu zeigen und anfangen wie ich bin ne vielleicht kann ich können und falls ich mich ein bisschen anders anhöre ich habe eine neue kamera gekauft mir ja und ich zeige euch das spiel auf jeden fall hier sind immer die spiele die zwei cds darunter hier ist einfach fußball und alles ne diese zwei spiele sind diese hier stets und das ist das spiel das spiel ist das spiel das neue hober wird dabei sein auch und dieses video video werde ich nicht so großartig anfangen alles ich werde erst lachen zeigen und nicht böse sein dass das ist lange mit kein video mache apropos lange video ich habe lange kein video weil ich habe mir das gekauft und alles durch gespielt ich hasse ist wirklich wirklich von alles vom anfangs das spiel nicht hasse das und ja man wartet hier ich habe kein video gemacht wegen ich habe das spiel gekauft das spiel heißt little big planet es gibt es gibt 1 2 3 karting und sauberer und alles ne vielleicht wird auch bald noch vier rauskommt ich habe alles ideen einfach mal gekauft ja und das ist meine welt ich habe schon die angefangen und ich habe auch vorher noch mit zombie girl gespielt hier bin ich ich habe alles gut gemacht ich habe wälder gekauft ich habe richtig viel geld einfach alles ausgegeben ne und ja meine spiele sind hier sonnenreich und ja in diesem spielbordos gibt es zum beispiel hier anziehsachen ne alles dann gibt es hier erwältert über selber also raketen ne dann kann man hier kleben hier zum beispiel böse steve auch minecraft sachen gibt es hier die das nicht kennen können können zeige ich es für die und hier habe ich auch ein paar fotos gemacht man kann auch hier mit freunden spielen hier bis einfach mal mcdonalds foto gemacht ich bin schon falls ihr will ich fühle mich ein bisschen glücklich das ist jetzt kommt das zum beispiel ist den freund und wenn ich diesen freund jetzt drücke dreiecken kreis ne dann passiert sowas das land ist kurz oder lange manchmal und dann kommt einfach so ein freund von nix ich habe ich zum beispiel ein mädchen bekommen das sieht nicht ist das junge an und man kann hier alles ne zum beispiel hier sind die wälder die ich gesagt habe alle ich gucke diese wälder müsste ich alle wir können die jetzt einmal einmal spielen ne wer ist profi ich sehe nicht was er schreibt das ist weiß und die buchstaben sind auch weiß also verstehe ich es nicht das ist die welt von einem papier schädel ich zeige euch mal wenn wir das spielen das video geht es um vier minuten ich werde auch direkt noch ein video machen ich habe so verdammt lange kein video gemacht und falls ihr die ganze eine klingel hört ne guck das eben das ist eine katze ich habe eine katze mir einfach gegönnt da war aber auch der liebe homer da also die habe ich mit homer geholt hier sind schon mal die sachen hier guck mal zum beispiel dieses ding heißt hier einfach eine brille kleben dann steht sie hier und ihr könnt ihr einfach kleben ne man muss nicht perfekt sehen ne hätte ich das nicht gemacht ähm weil ich will euch ja was zeigen hier kann man so mit den zwei tasten so machen ne falls ihr denkt wie warum guck ich immer so dann muss ich einfach nach oben diese kleinen dreiecke und dann guck ich lieb falls ihr denkt diese punkte was da sind ne das sind wirklich punkte guck man bringt mal oben guck mal oben wenn ich sie schnappe und dann kriege ich ja immer mehr ne ähm ja jetzt will der freund gehen ihr könnt dreieck drücken falls ihr ihn haben wollt dann drückt ihr ja oder nein oder kreis dann wollt ihr gar nicht und ich will gar nicht mit ihm ne ich muss euch was zeigen ja vielleicht im nächsten video schreibt einfach in die kommentare fertig okay der schreibt der sagt da immer was nicht schreiben ich schreib ja und er sagt und hier solltet ihr eigentlich so durchlaufen da werdet ihr in eine falle fallen ne das ist so und dann wäre es muss ich das drücken selbstbestellung für mich aber ich gehe jetzt einfach hier der ist auf jeden fall der papiermann den ich euch sagen wollte papierkopf ist das mr papierkopf ich gucke gerade lieb man kann auch böse traurig angst haben oder lieb ich will aber nix ich bin nicht so ein jetzt habe ich rein geguckt nix rein und ja das ist das spiel auf jeden fall man gibt es gibt hier noch mehr sachen als man denkt es gibt sehr 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 viele ne hier zum beispiel den schaden hier zum beispiel kann ich hüpfen und die großen punkte die geben mehr als als die kleinen die kleinen geben glaube ich nur 50 und ich muss das hier machen ich muss das sind eben die trampolins ne diese trampolins sind nervig ähm ist das ein junger oder mädchen der hat hier lange haare aber jungsaugen der hat hier einen jungshut aber aber rosa hemd also eine blume ich verstehe diesen jungen und nein das was ist das der redet hier wirklich ist man kann die hände wackeln was ist das was ist das das habe ich mir noch nie angeguckt äh ach so ich weiß was das ist ne das mache ich nicht ich zeig mich nicht in ace vielleicht in drei jahre also ich meinte in 300 jahre ich habe mir gerade gegen die wand geschmissen hier ist wieder der alte kopf ist jahrhundert ähm ja erster level geschafft neun minuten und ohne systemen jetzt seid ihr übrigens hier sind noch die sachen guck mal das hatte ich alles bekommen aber ich habe ja schon alles ne falls ihr wisst dass ich spiele ohne systemen zaffen will könnt ihr es wirklich auch machen hier gibt es auch jetzt mehr sachen hier zum beispiel für euch kuchen wer alles ein kind ist und dann noch kuchen mag hier kuchen so glät ähm wie nennt man nochmal das weiße sahne ähm überall ist was da sind kekse hier oben guck mal kürzen gehört kürzen eigentlich so eine bonbon eine hier ist der kosmos kosmonwander ähm das ist die letzte welt der welt ein hier ist der bauhimmel hier kann man bauen was was man will ja aber wir sehen uns nächsten video mit ein paar freunde also bis zum nächsten mal haut rein leute ciao ciao